hi ich bin aufgefordert worden was kluges zum thema handarbeiten zu sagen und das läuft jetzt unter dem motto zwischen push and pull und knit and pearl warum programmieren und handarbeiten dieselben hirnareale kitzeln kurz zu mir ich bin irgendwie mittlerweile seit zwölf jahren webentwicklerin und eigentlich seit meinem achten lebensjahr habe ich irgendwie ständig was in den fingern was handarbeiten angeht ich mache stricken häkeln nähen ich mache ein bisschen schmuck im chainmail also im kettenhemd technik ich kann klöppeln und sticken und wenn ihr mich in meinem rohbau aussetzt dann ist hinterher tapeziert getefelt laminat und teppich ist verlegt und ich stehe wahrscheinlich mit muffins vor euch nur um so ein bisschen meinen hintergrund zu zu erläutern und ich habe neulich an einem podcast an einem podcast teilgenommen und dabei haben wir festgestellt im gespräch dass die dass die personelle überschneidung zwischen it und handarbeiten überraschend groß ist also jetzt nicht nur so stricken und und sticken und sowas sondern auch die leute die nähen und die auch selber dinge design dass da also die die überschneidung zwischen it und handarbeit ausgesprochen groß ist und das hat mich so ein bisschen ins denken gebracht warum das eigentlich so ist und eines der ersten gründe wo ich mich lange gegen gesträubt habe ist der ausgleich weil ganz häufig wenn man sich gerade als weiblicher programmierer irgendwo hinsetzt und das strickzeug rausholt da habe ich tatsächlich schon gesagt kriegt na toll 30 jahre feminismus für den arsch und deswegen habe ich ich sträube mich halt dagegen dass ich so einen männlichen beruf habe und deswegen ein weibliches hobby zum ausgleich brauche und das hat mir dann lange den blick dafür versperrt dass es halt tatsächlich mein ausgleich ist weil als webentwickler mein job ist visuell und sonst nix und deswegen brauche ich meinen meine hobbys einfach um um die anderen sinne zu zu kitzeln um auf den stoffmarkt zu gehen und da stoffe zu begrabbeln oder wenn man mit einer wirklich scharfen schneiderschere durch stoff schneidet dann gibt das so eine so eine schnurrende vibration oder seide riecht so ein bisschen süßlich oder ich habe irgendwann wolle verstrickt wo noch ganz viel lanolin drin war und ich glaube ich habe noch nie so weiche hände gehabt und deswegen das handhab arbeiten ist für mich tatsächlich ein ausgleich zu dem was ich sonst so tue und außerdem ist ein ganz wichtiger punkt das customizing ich bin auf content management systeme spezialisiert das heißt wenn mein kunde ankommt und sagt ich hätte gerne website dann könnte ich sagen hier hast du ein wordpress sie zu wie du klarkommst und dann sagt er ja aber ich hätte gern noch das und dass man sagen ist nicht so mein berufsleben besteht daraus dinge passend zu machen und deswegen sehe ich dann zum beispiel auch nicht ein warum ich einfach klamotten von der stange kaufen sollte warum ich nicht wenn ich jetzt sage okay ich habe ein faible für 50er jahre mode dann nehme ich mir die halt und zwar genauso wie ich sie haben will und und ich glaube da ist tatsächlich das ist eine sache die uns alle irgendwie antreibt dass wir wissen dass man die welt verändern kann warum sollte man es also nicht tun das ulkige ist dass tatsächlich umgekehrt die handarbeiter auch überraschend nah an dem ganzen dran sind zum beispiel gibt es im internet eine unglaubliche anzahl an generatoren du kannst also zum beispiel deine maschenprobe sowie breit dein gestricktes ist das gibst du ein und du gibst dann deine maße ein und dann sagt er dir wie viele maschen du anschlagen muss und nach wie vielen reihen du halt das machen muss und das machen muss und es gibt halt pulli generatoren so oder es gibt auch verbrauchsrechner also dass das stricken von von dreieckigen tüchern ist ist da kann man sich komplett das gehirn bei verknoten weil stricker dazu neigen so viel wolle wie möglich verarbeiten zu wollen weil das ja schade ist hinterher ein kleines strickstück zu haben und noch ganz viel wolle über zu haben und deswegen ist so eine triebfeder des strickers ist ich will alle wolle ich will so viel wie möglich aus der wolle rauskriegen und wenn man so dreieckige tücher strickt dann ist das paradoxe halt dass man irgendwie mit dem ersten von zwei knäuel irgendwie so 75 prozent von der breite hin kriegt und dann für die äußere die das zweite knäuel dann braucht für das bisschen äußere borte sozusagen und deswegen gibt es ganz viele leute die sich wenigstens irgendwie eine kleine excel tabelle schreiben die berechnet wie viele maschen man schon gestrickt hat und wie viele maschen man noch rauskriegt eine andere interessante sache ist es gibt viele leute die zum beispiel strickmaschinen hacken da ist fabien serrier eine die da ganz weit vorne ist die jetzt inzwischen auch sich tatsächlich zu meinem großen neid einer per kickstarter eine industrielle strickmaschine hat finanzieren lassen was ich wirklich toll finde und das sind eben auch so sachen wo man sagt okay ich habe hier eine strickmaschine die tut nicht das was ich will also zwinge ich sie dazu außerdem ist tatsächlich das stricken als arbeit überraschend nah an der programmierung wenn man sich das mal anguckt da oben das ist eine schrickstrift die wird in reihen gelesen hin und zurück und was hier also passiert ist dass ich im prinzip zwei ineinander verschachtelte schleifen habe das eine ist horizontal ich stricken paar rein und das in rot ist der rapport das stricke ich so lange wie ich noch genug also weil still genug maschen für einen rapport stricke ich das und dann stricke ich die sachen am ende und dann habe ich halt den vertikalen rapport und irgendwo im muster steht halt macht das 17 mal das heißt ich mache also die weil schleife und dann mache ich gleichzeitig vor 17 mache ich halt die den vertikalen rapport und das sieht dann ungefähr so aus das ist juni yanks print of the wave store das heißt man erkennt tatsächlich viele sachen wieder es gibt zum beispiel auch überraschend viel mathematik das hier ist der sogenannte pie shawl ich habe eben normalerweise wenn ich versuche was rundes zu stricken wobei tatsächlich ein runder ein rundes tuch irgendwie eine dämliche idee ist aber okay dann habe ich halt das problem dass ich wahrscheinlich mit 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 dreiecken arbeite und wenn wir davon ausgehen dass viele muster halt tatsächlich so kacheln dann habe ich das problem dass ich immer anteilige mustersätze habe und da hat dann irgendwann ich glaube es war elizabeth simmermann den pie shawl erfunden der darauf basiert dass jedes mal wenn sich im korrigiert mich wenn ich richtig falsch liege jedes mal wenn sich der umfang eines kreises verdoppelt verdoppelt sich auch die der radius eines kreises verdoppelt sich auch der umfang liege ich da ungefähr richtig nach pieger und das ist eben halt man sieht hier dass der sozusagen in ringen gearbeitet ist die ringe werden immer doppelt so breit und innerhalb dieser ringe bleibt die maschenzahl aber konstant was aus design technischen gründen einfach eine tolle sache ist weil ich mich dann nicht darum kümmern muss dass mein mein rapport sich ändert und das sind so sachen wo wo die leute sich dann auch einfach die mathematik hernehmen und sagen das ist eine coole sache es gibt sowieso einen sehr häckischen gedanken nämlich dieses weil wir es können das machen stricker auch häufig wir haben zum beispiel hier dieses ding das heißt nur ein surprise und man strickt halt irgendwas was aussieht als sei es ein paar mal überfahren worden und dann macht man da ein bisschen elegantes origami und hat das baby surprise jacket ist tatsächlich auch von elizabeth simmermann und da stellt man sich so ein bisschen die frage ja warum strickt man nicht ein standard baby jäckchen sondern sowas und das ist eben halt dieses weil wir es können das ist dieselbe derselbe gedanke der hinter so esoterischen sprachen wie brainfuck steht so warum sollte man aus irgendwie vier oder fünf verschiedenen zeichen eine programmiersprache schreiben weil wir es können das ist dann gibt es auch noch low code oder wer es gibt auch also gesprochene sprachen constructed language ist die dann irgendwie nur aus vokalen bestehen low code genau ist auch eine ist auch eine esoterische sprache und das läuft halt alles unter weil wir es können und unter diesem motto habe ich jetzt würde ich jetzt gerne mit einem einer art pic spam sozusagen abschließen das hier sind stinos stino steht für stinknormale socken das ist die klassische gute alte deutsche socke nach dem original regia rezept die ist nur leider sie ist relativ kompliziert und man kann sie eigentlich nur stricken wenn man vier jahre lang bei der eigenen oma in lehre gegangen ist die die wird von oben nach unten gestrickt und dann strickt man eine hacke so ein läppchen und dann macht man da vorne ein dreieck dran und da muss man rundherum maschen auf ist ganz kompliziert kann keiner und das problem ist einfach dass wenn ich von oben nach unten stricke dann kann es mir sein dass ich entweder am ende der socke noch wolle überhaupt was doof ist oder umgekehrt es kann sein dass ich am ende der wolle noch fuß überhaupt was noch dörfer ist und deswegen war einer der ersten hex der jetzt in letzter zeit aufgetaucht ist sind toe up socks wir stricken also von unten nach oben dann gibt es das problem dass socken stricken eigentlich komplett unheckig ist weil man zwei identische teile herstellen muss man strickt ein teil und dann genau identisch man lässt also keine learnings oder so in den nächsten also ist es kein prototyp und das richtige teil sondern man man zwei identisch ist komplett absurd und deswegen ist also unter strickern das second sock syndrome eine angekannte berufskrankheit das haben die leute dann dadurch gelöst dass irgendjemand erfunden hat wie man zwei socken gleichzeitig stricken kann auf einer langen nadel ich habe das irgendwann mal auf die weitergetrieben und habe gleichzeitig vier fäustlinge gestrickt es gibt aber auch leute die gleichzeitig auf denselben nadeln acht paar socken gestrickt haben warum weil sie es können jetzt ist nun ich weiß nicht ob das aufgefallen ist und so ein fuß ist ja nun durchaus interessant in einer topologie und so eins das also man könnte jetzt sagen okay ich mache einfach einen schlauch mit dem schlitz drin oder ich stricke meine socke so flexibel dass der socke egal ist wo ich meine hacke hin tue oder ich stricke ein afterthought hier das heißt ich mache ein die die schwarze linie da drin das ist ein hilfsfaden und den trenne ich dann auf und dann stricke ich da eine socke rein oder ich mache einen runden so einen runden ich stricke was was aussieht wie eine mütze mit mit ihr flaps und stricke da dann den rest von der socke dran da gibt es coole versionen von oder ich stricke sowas oder ich stricke ein stück spitze und stricke da dann socke drumherum das sieht dann im zweiten teil sieht das so aus oder ich fange mit einer schrägen socke an und das sieht sehr schön aus aber ich muss dann irgendwie gucken dass ich mit einem eleganten schüsseler wenn um die hacke drumherum komme man kann sorgen auch häkeln man kann sorgen auch plattekeln und dann zunähen man kann sorgen auch quer stricken das heißt ich fange hier an zu stricken stricke rüber und nähe hierzu oder ich stricke wieder mal was was aussieht als sei es mehrfach überfahren worden und nähe das dann das ist hier in der mitte von dem blauen ist das zugenäht und nähe das dann im prinzip zu und ja das war mein überblick darüber warum wir handarbeiter eigentlich gar nicht so weit von den hackern entfernt sind war auf fünf minuten habe ich noch ich hoffe ihr habt fragen hoffe ich auch ich habe die frage dass die quellen zu den ganzen strick anleitung in deinem ich werde das verbloggen ich werde das bald ist möglich verbloggen und ich habe tatsächlich es gibt für all das gibt es anleitung ich kann mal vertwittern ich habe wer schon auf reverie.com ist ist gut wer wer interesse hat und noch nicht da es sollte das tun weil reverie.com ist es war mal eine der größten ruby anwendungen fürs stricken und ist insgesamt eines der genialsten stücke software die ich gesehen habe das heißt das sollte man sich angucken und da gibt es halt unter anderem strick muster sammlung und da habe ich auch eine sammlung mit den sachen angelegt also wie gesagt ich verblogge das alles und werde dann aber auch noch hinweisen wo man das sonst noch so findet kannst du mit dem hashtag jugendakt verbloggen Ansonsten gibt es drüben im fablab auch eine strickmaschine von nico der hat seine mitgebracht der hat eine eigene könnte ausprobieren er ist mentor auch hier Ja habt ihr noch fragen Ansonsten gibt es noch eine andere handarbeitstechnik die du empfehlen würdest du zum einstieg nähen ich bin tatsächlich nähe ich sehr viel weil ich habe in der taten fäbler für 50er jahre mode und da hast du dann also gerade in meiner größe kriegst du nicht so viel von der stange und das ist dann so dass es dann häufig so richtung so rocker billy abdriftet was nicht so ganz meins ist und da habe ich dann irgendwann auch mehr oder weniger aus selbstschutz angefangen selber zu nähen was eine coole sache ist cool cool ihr könnt euch auch im fablab einmieten da kann man dann auch nähmaschinen sich besorgen und so weiter wenn man dies nicht noch zu hause rumstehen hat von den eltern Ja cool dass du da warst ja sehr gerne super schön